Lena Meyer-Landrut verrät nicht viel aus ihrem Privatleben. Doch nun kam es zu einer Situation, die Lena so vor den Kopf stieß, dass sie auf Instagram Dampf darüber ablassen musste. Ich kotze mich ja relativ selten in der Öffentlichkeit aus, weil ich auch nicht so viel Negativität in die Welt raussenden will. Aber ich habe gerade so ein beklemmendes Gefühl und es ist irgendwie so ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ein Fotograf machte von Lena ein Foto, während sie mit ihrem Fitnesstrainer die Straße runterlief. Lena fühlte sich überrumpelt und machte sich Sorgen, dass Klatschzeitschriften aus den Fotos eine Liebesgeschichte zwischen ihr und ihrem Trainer erdichten könnten. Ich fand es gerade so distanzlos und ... keine Ahnung. Was wollte ich mir jetzt gerade mal teilen? Ich bin richtig so ... Doch mit ihrer Instagram-Story hat sie die Sache schnell geklärt. Geist in der Karte mit einer guten Einbringung. Doch mit ihr könnt ihr wissen, was es niemals domesticiert. Vielen Dank.